äh äh Adrien sagt Bo- äh Bogenschotzen und ich denk mir so, hä? es hieß doch Fotzen ja ich hab so im Abschluss, sagt der an Aris schon, hier kommt der in seine Welle ja, der Aris ich hab euch da auch nicht so, ey ey ey, nein, 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 nein dabei macht es keinen Sinn, dass der Aris heißt nein, jetzt dreh ich mir ne Kippe, ist mir scheißegal wie lange ihr in der Vorbereitung seid ganz einfach, Adrien, wir drücken jetzt sofort auf Start ok, let's go du, 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 du also, ey, du machst gerade genau das, was ich weiß ich habe gar nichts verstanden wisst ihr, was ich vermisse? ja, das Soundboard ja, genau scheiße, stimmt, es fehlt ja jetzt, oh, so ein Dreck das kann bestimmt noch irgendwie wieder einbauen ne, geht leider nicht ich hab mich lang genug mit Discord auseinandergesetzt es geht nicht du kannst nur Soundbot einfügen da musst du im Discord etwas reinschreiben, dass der dann irgendwas macht oh nö, es war so entspannt alter, das Spiel ist so hässlich auf diesen Einstellungen, ey aber dafür wird... oh, fuck, die Einheiten sollen wir raus? ja, das ist, weil ich auf Mittel gestellt habe und der automatisch die Einheiten größer verstanden hat oh, wie süß diese Täubchen sind guck mir diese Riesenkarte an ja, nein, 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 komm, Leute, das spielen wir jetzt, komm aber die Sache ist, ich muss mir jetzt mal die Gesichter von denen angucken oh mein Gott, es fehlt das Gesicht das spielen wir jetzt, ey ich bin ja jetzt ein Griechen, das ist ja jetzt nichts Neues, dass ich eine Phalanx habe aber das ist einfach keine Phalanx also, mach mir nochmal nein, wir spielen das jetzt ich kann nicht breiter ich auch nicht Junge, das ist astig Lächerlich Lücken in der Mitte Alter, Kavallerie hat 40, Mann das ist doch süß damit kann man nicht spielen das ist nicht so putzig doch, das funktioniert ich glaub an euch wir können das schaffen ich bin breiter als du sag, wir schaffen das ich bin breiter als du in real life auch das hoffe ich mal nicht niemand will breiter sein als Adrian weil dann ist er ein Meter ist er einen halben Meter groß und zwei Meter breit ja, guckt euch mal diese riesen Karte an jetzt auch guckt euch mal an, wie riesig diese Karte ist, ey ey, die ist echt das ist nicht mehr normal, Mann kann man da auch ein 6 gegen 6 spielen? also unter Bedingungen wie vorher ein 4 gegen 4, ja das ist ach, äh ist ja nicht so, dass man maximal 4 gegen 4 machen kann, aber ach so, man hat halt einfach die ähm insgesamte Begrenzung äh komplett ausgenutzt, ne die insgesamte Begrenzung mit Debugcam konntest du ja auch nur zum bestimmten Punkt raus und ich sehe den hat er einfach ausgefüllt und zwar komplett Alter, ich weiß ja überhaupt nicht das ist geil, oder? es macht, äh, ja ich find's geil ja, ist es auch das bringt aber neue weil jetzt kann man auch Flankmanöver machen bei 2 gegen 2 schlachten selbst mit so kleinen Armeen aber wir sollten das mit so kleinen Armeen vielleicht das nächste Mal lassen ja, wir machen nichts mehr größer ey, das ist jetzt das ist lustig komm ich hab einfach mal ich hab einfach mal 100 Frames, ey ja, genau ich hab einfach mal 100 Frames ey, wo sieht man nicht klappt ich hab auch Ares, ich sage so, wer denn legt sich jetzt? niemand Ares hat gesagt, ich soll warten einfach alle schräg ja, genau hä? ich dachte wir warten nein, wir kämpfen jetzt ja, ich hab gesagt, ihr sollt warten weil ich mir eine scheiß Kippe drehe wir brauchen, wir brauchen doch sowieso mindestens 5 Minuten, bis wir da sind also ich bin dafür, dass wir uns jetzt dass ihr nach links rückt und wir uns dann gegenüberstehen, so ich bin dafür, dass du nach links rückst so, Leute, jetzt hab ich eine madig gedrehte Kippe, weil ich mich beeilt hab also jetzt lass das los äh, los äh, was wird denn das jetzt? okay, ich verschieb mich jetzt einfach nach rechts und lass das dann so stehen oh, herrlich Mann, das ist so, das sind so süße Trüppchen also ich geh jetzt ab drei, drei Linien sind gefühlt so breit wie eine bei 160 es ist unfassbar ich glaub, das wird ziemlich also das ist zu viel Verwirrung für meinen Hirn, um ehrlich zu sagen du weißt jetzt wer, der Römer ist der wie Julian, du spielst keine Römer hey, 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 hey da ist kein Kratos dabei, dieser Römer oh, er zaut ab ich schlag mich doch nicht mit dir schlägst du nicht mit dir? wie hast du bemerkt, oder? ich wollte eigentlich nur von deiner Kampel weglaufen, aber ich bin zwar denn ganz gut, dass ich auch deinen Bogenschützen getottert ey, halt, stopp, ich hab doch nicht gesagt, dass wir uns schlagen können ja, Mann, ich hab die erste Salve verdammt das ist richtig unehreshaft, was du hier machst ja das wird ein lustiges Gefechtchen ja, weißt du sie, das war das das ist so dumm scheiße, meine Kaff verreckt natürlich verreckt sie, ich werfe einen Pila auf sie, bist du ja, ich hatte eigentlich gehofft, dass du noch zu lange brauchst, aber das weil es so klein wirkt, warst du so schnell wei so es ist, es wirkt einfach zu klein es wirkt wirklich zu klein so, es ist es ist ja auch es ist ein Zwergmatch nein, da kämpfe ich nicht gegen dich tschüss hä, was ist das jetzt? tschüss, ich geh wieder ey, danke dir, hast du deine eigenen Kaff gerade gekillt hab ich? scheiße, ich hab keinen Überblick mehr pack die Diva Cam rein, dann hast du immer Überblick das klingt so ein bisschen wie so ein Werbeslogan ja, dann pack die Diva Cam rein pack die Diva Cam rein pack die Diva Cam rein, dann kannst du jetzt die optimale Sicht für ihr Online-Battle Achtung, seid bereit jetzt lauft doch, wenn ich mir fehle zu laufen nein Truff da wie das ein richtiger Deutscher machen würde äh, ja halt, stopp hallo, hallo, Legionärkohort in charge geht doch nicht, warum lassen die da durch? nein, 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 nein Truff da da kommen die Liquidäre und die werden da auch bleiben geholt nein, 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 halt pooh cool, ich hab den Kampf gewonnen was ist das hier eigentlich adrian, kannst du da mal hier kurz rennschargen Das hat sie nicht vorgezogen. Scheiße! Das ist das chaotischste Battle, das ich seit Jahren gemacht habe. Es sieht so hässlich aus. Ja, es fühlt sich auch so eklig an, weil man nicht so richtig arbeiten kann. Ich gewinne! Natürlich gewinnst du! Ich dachte, wir machen das hier fair! War es doch. Das war nicht fair. Was definierst du unter fair? Äh, ich stelle uns gegenüber... Julia, was machst du für eine Scheiße? Alter, hier bricht alles! Bei mir bricht komplett alles! Ich kann auch nix dafür, dass hier die Kabelerin mal so verrückt ist. Ah, Mann, ey! Julia, du bist scheiße! Das kann sein! Das kann nicht sein, es ist so! Das fühlt sich ein bisschen an wie Raum 1. Das hat man auch mit 20 Einheiten gespielt, Rom, Mann. Ich muss mich um Julians Armee kümmern, weil er halt nichts allein auf die Reihe kriegt. Und in der Zeit greift mich auch noch Adrian an, Alter. Das ist doch geil! So ein Kack, Mann! Ich glaub... Alter, kannst du mal meine scheiß Fernkämpfer in Ruhe lassen? Nee! Nee! Weißt du, ich rede mit dem Boja, der nur einmal Kontakt hatte, Alter! Wir hatten Kontakt? Hatten wenigstens guten Kontakt? Nein! Oh, Mann! Noch nicht! Du gingst mir auf den Sack! Oh, das sind ja noch mehr königliche Peltastens, das hab ich gar nicht gemerkt! Hallo, kannst du jetzt mal meine Linie in Ruhe lassen? Ich muss mich um Julian kümmern! Warum muss eigentlich Adrian mir mit Zelda-Kavallerie in den Rücken fallen? Ich weiß nicht, ich find das irgendwie lustig. Adrian, kannst du mal bitte hier reinschargen, ist ja ganz praktisch. Ey, mach die alten Größen wieder! Quats! So, mach mal die königlichen Peltastenplatt hier! Danke dir! Warum ist mein Jen gestorben? Ich weiß nicht, der wird irgendwie beschuft, aber... Du Fixer, Alter! Ich seh das jetzt erst! Du bist ja so ein Grund! Ich weiß nicht wie es damit ist! Dein Schwerfbogenschütz und du rierst mehr drauf! Warum stirbt denn mein Jen? Oh, fuck! Los, stirb, General! Und Julian, du bist einfach nur Kacke! Ohne Witz, Mann! Junge, shit! Alter, wir haben 80-Mann-Einheiten und selbst die kannst du nicht managen! Nein! Junge, das ist jetzt aber auch ein bisschen unfair! Hallo auf die Socke-i! Das ist eine Tatsache! Gib mir normale Einheiten und normale Felder, Mann! Und du musst nicht dann links gehen, wenn Corny nach rechts geht! Was definierst du unter normale Felder? Ja, verstehe ich mich, freu ich mich auch gerade! Äh, normale große Schlachtfelder! Normal große! Hallo, wir kämpfen gerade auf einer winzigen Fleck! Also jetzt behaupte ich nicht, dass das irgendwas beim Fluss! Doch! Und warum verschwinden bei mir die Toten nicht, wenn ich eigentlich die Toten... Wir spielen gerade mit halber Einheitengröße! Ja, das ist irgendwie ein Problem! Ja, das müsste bedeuten, dass wir... Danke, Adrien! ...prozentual gesehen dieselbe Fläche des Schlachtfeldes nutzen, wie wenn... Ach so, als... Als... Hä? Nein! So ein Quatsch ist es doch, wenn wir die Hälfte der Einheiten verwenden! Doch! Auf doppelt so großes Schlachtfeld! Da verwenden wir doch viel weniger prozentual! Mh... 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 Hä? Nein! 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 Tun wir nicht! Okay! Tun wir nicht! Schildweil! Jetzt... Jetzt ohne Witz! Korni, bitte lass mich zu Ende kämpfen! Ja, ich sehe es! Ich musste mich... Ich musste mich hier noch um Julians Dresspimmel kümmern, Alter! Okay! Nö, ich mach dich jetzt... Ich sag heute nichts mehr! Und die Pretorianer fliegen gleich! Mit 76 Mann, ey! Ich sag das jetzt mal so, wir machen jetzt... So... So normal große... So normale Einheiten... Nein! Wir Pretorianer gerade mit 64 Kills fliehen! Genau das machen wir! Wir machen jetzt normal große Einheiten! Eigentlich muss man jetzt die ganzen Kills, die man gemacht hat, mal 2 nehmen! Herrlich! Okay! Ey! Meine Steine schon hatten... Bei den tragischen Krieg haben 180 Kills gemacht! Ähm... Boah! Das ist ordentlich! Also wenn man jetzt das natürlich mal 2 nimmt... Deine Piken 0! Deine Piken 0! Ja! Mal 2 ist halt... 2 mal 0! Also... Ja! Meine Schwertgefeuer hat sich tatsächlich auch mehr gemacht! Ja! Aber meine Krieg haben ja den Job gemacht! Oh! Und dieser Aris, der hat so schlecht gespielt! Gell! Sorry! Also ich sage dir noch einmal so... Sorry! Einen Panzer schweren Kämpfer! Acht Kills! Sechs Kills! Neun Kills! Sechs Kills! Acht Kills! Ich war ich 0! Ich wäre da! 46 Kills! Respekt! 43 Kills Piken! Oh man! Ein Kills! Oh man! Toreos Späre Mann! Die werfen Späre! Wie kannst du damit keine Kills machen?! Ey! Ich... Waren also... Oder war er plötzlich? Mit einer somen Kamellerin oder... Oder ich... Geht nicht! Du musst die Kills mal 2 nehmen, also das wären 2 Kills! Richtig! Ich bin dafür, wir machen jetzt normale Einheitengrößen.